Ich bin's wieder, immer noch aus Dortmund und wir sind immer noch auf der 112 Rescue. Und ich habe gerade fast einen Herzstillstand bekommen, da liegen einfach halbtote Menschen hier rum. Und da wollte ich mal fragen, was ist denn hier passiert? Ja, wir sind eine Rettungsdienstschule und wir stellen hier auf der Messe die Materialien aus, mit denen wir in unseren Schulen, in vier Schulstandorten lernen. Und das bedeutet, hier mit diesen ganzen Materialien üben unsere RettungsanitäterInnen, NotfallsanitäterInnen, Azubis. Also das ist nicht so bei euch, wie es bei mir damals war, dass quasi, wenn Fallbeispiele geübt werden, werden alle Tische beiseite geschoben, die Stühle beiseite. Und dann heißt es, wir stellen uns jetzt mal vor, wir sind in einer Situation und da muss irgendwer das Opfer spielen. Nee, genau. Also wir haben große Simulationsarenen, da ist quasi das Rettungsteam, also zum Beispiel wir beide mit unserem Patienten, das kann die Puppe sein oder ein Falldarsteller. Wir sind alleine im Passino zum Beispiel, haben dort unseren Einsatz und die ganze restliche Klasse schaut eine Live-Übertragung in einem besonderen Schulungsraum, sodass das Rettungsteam wirklich alleine unter den realistischen Bedingungen arbeiten kann. Und dafür gibt es dann auch solche Simulationsgeräte nie oder ist das echt? Nee, das ist ein Simulationsgerät, weil sonst wäre es ja langweilig, dann hätten wir ja immer nur gesunde Patienten vor Ort vorfinden. Optimalerweise. Und wo findet man die Rettungsteamsschule überall? Nur in Dortmund? Genau. Also wir sind in Dortmund, Essen, Köln und Düsseldorf. Und genau. Und wenn ich jetzt Notfallreinig-Täter werfen möchte, kann ich mich dann direkt an euch wenden oder kann ich mir meine Rettungsteamsschule aussuchen? Wie genau läuft das da ab? Also du würdest dich bei den Trägern des Rettungsdienstes bewerben, das können Reise sein, Städte sein, das können Feuerwehren, Hilfsorganisationen oder private Unternehmen sein und diese würden dann eben im besten Falle mit uns kooperieren und dann würdest du zu uns in die Schule kommen. Super, vielen Dank. Dann noch fleißig viel Spaß beim Weiterreinigieren hier. Dankeschön. Und das war die Rettungsteamsschule. Wir schauen jetzt mal, was es hier sonst noch gibt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis gleich. Ich hoffe, es hat euch gefallen.